Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen zu einer großen, großen Folge Serenity Talk und zwar über das Thema Pferdeprofis, insbesondere die allererste Folge, die jetzt im Februar erschienen ist, Ende Februar und ich habe einen Gast dabei, nämlich die liebe Julia, du warst dort. Wer bist du? Was hast du für ein Pferd? Erzähl mal. Ja, also ich bin Julia, 28 Jahre alt und war mit meiner 14-jährigen Ponystute Sierra in der ersten Folge von Vox Pferdeprofis zu sehen und ja, ich studiere Tiermedizin in Berlin, habe meine Ponystute jetzt seit zwei Jahren. Ich habe sie im Juni 2021 gekauft und vorher war sie als Schulpony eingesetzt und ja, ich habe sie dann übernommen, hatte vorher lange Jahre eine Reitbeteiligung und dachte mir, okay, mit 26 kann man sich auch mal das erste Ergmürpony holen und ja. Ja, wie bist du zu ihr gekommen? Also ich hatte, wie gesagt, vorher eine Reitbeteiligung und war damit nicht mehr so ganz glücklich und wollte halt auch mehr Verantwortung übernehmen und sie stand damals in einer kleinen Reitschule, die wegen Corona leider aufgelöst werden musste. Die haben die Corona-Pandemie nicht überlebt und da stand sie dann zum Verkaufen mit einer anderen Ponystute und ja, ich habe mich dann in sie verliebt. Ach schön. Wie hast du sie gefunden? Kanntest du die Reitschule vorher oder war das quasi Zufall durch Anzeige? Also ich war immer ausreiten mit der Tochter von dem Besitzer der Reitschule und die ist mit ihrem Pony, nachdem die Reitschule quasi aufgelöst worden ist, da hingezogen und dadurch habe ich halt eben mitbekommen, dass sie da noch zum Verkauf steht und habe mich dann entschieden, sie zu übernehmen. Ach schön. Wie war so die erste Zeit mit deinem ersten eigenen Pony? Es war auf jeden Fall sehr spannend. Ich hatte vorher halt überwiegend Balasse als Reitbeteiligung gehabt und ich wusste auch schon, okay, das wird nicht ganz einfach, weil sie halt auch in der Reitschule natürlich gezeigt hat, dass sie schon einen kleinen dicken Pony-Schädel hat, sage ich mal. Und ja, habe dann angefangen an so Grundsachen zu arbeiten, dass sie mich nicht zum nächsten Grasheim ziehen soll und viel Bodenarbeit mit ihr gemacht, einfach auch um eine Beziehung und Vertrauen aufzubauen. Und ja, das hat schon sehr viel Kraft gekostet am Anfang, weil sie eben halt Verhaltensweisen gezeigt hat, die sich für sie in der Vergangenheit bewährt hatten mit den Reitschülern. Was waren das so für Verhaltensweisen? Was hat sie da mitgebracht? Also bei einem Austritt zum Beispiel hat sie sich einfach überlegt, dass es ganz cool wäre, sich mit mir hinzulegen. Das hat sie dann auch nur einmal gemacht, weil vorher hatte sie sich dann einfach bei den Reitkindern, wie gesagt, auch mit Kindern quasi hingelegt, weil sie dann gelernt hat, okay, die springen ab und ich habe danach Feierabend. Oh, wie hast du das gelöst damals? Also ich habe einfach mich nicht davon beeindrucken lassen. Also sie hat sich mit mir im Gebüsch abgelegt und dann habe ich halt sie aufgefordert, wieder aufzustehen und habe eben in dem Fall nicht den Druck weggenommen, sondern habe ihr gezeigt, dass es halt jetzt nicht bringt, einfach liegen zu bleiben und ich, dass ich eben nicht abspringe wie die Reitkinder und ihr damit auch zu verstehen gegeben, dass sie so den Reiter nicht los will. Du hast also schon Erfahrungen damit gemacht, dass du die Verhaltensmuster, die sie vorher schon gelernt hat, die sie mitgebracht hat, zu dir sozusagen, schon wieder ausgleichen konntest, sag ich jetzt mal, oder lösen konntest. Wollen wir uns mal angucken, wie so dann euer Umgang war, euer Vertrauensumgang? Du hast ja ein paar Videos von damals auch mal mitgebracht. Ja. So, die würden wir uns gerne mal anschauen. Ja, das zeigt halt eben auch, dass sie eigentlich... eine total coole Socke ist, absolut unerschrocken. Also ich bin mit ihr auch über Autobahnbrücken gelaufen, um halt ins nächste Gelände zu kommen. Und sie wurde tatsächlich bei einem ihrer Vorbesitzer auch vor der Kutsche gefahren. Also im Gelände war sie eigentlich immer schon eine absolute Lebensversicherung. Genau. Und ein paar Zirkuslektionen habt ihr auch gemacht. Genau. Also sie hat sehr viel Freude daran, ja, ihre Kunststückchen zu zeigen. Ich meine, wir haben es jetzt natürlich ins Positive gelegt, dass sie jetzt eben nicht mehr mit den Kindern sich ablegt, sondern auf Kommando. Wir hatten, glaube ich, noch auch so durch einen Flattervorhang laufen und solche Sachen habt ihr auch gemacht. Also dieses ganze typische Antischreck-Training, was man so macht oder alles zur Gelassenheitsprüfung. Hier haben wir nochmal ein super süßes Bild. Genau. Da war auch tatsächlich eher die Herausforderung, dass mein Pony nicht auf dem Grastrailplatz frisst, als er sich irgendwie von irgendwelchen Sachen beeindrucken zu lassen. Also genau, das war dann eher so die Sache, woran wir halt auch gearbeitet haben. Weil vorher hatte sie natürlich mit den kleinen Reitschülern zu tun, die sie eben nicht so festhalten konnten, wenn sie zum nächsten Grasheim wollte. Und sie hat halt da auch schon gezeigt, dass sie gelernt hat, sich einfach festzumachen am Hals und dann, dass dann einfach gar keine Möglichkeit mehr besteht, sie dann zu halten. Und daran haben wir halt auch sehr viel gearbeitet. Wie hast du daran gearbeitet? Was waren so deine typischen Methoden, sage ich jetzt mal, was du am liebsten angewendet hast? Ja, also zum Beispiel auch die Hinterhand zu verschieben, dass sie halt einfach merkt, okay, sobald man natürlich hinter der Schulter stand und sie sich festmachen konnte, hatte man halt einfach keine wirkliche Einwirkung. Und dadurch habe ich halt immer versucht, sie kopfmäßig zu beschäftigen, sodass sie halt auch mit ihrer Aufmerksamkeit und mit ihrem Fokus bei mir ist und eben nicht sich ihre eigenen Ideen vereinfallen lässt. Was heißt kopfmäßig beschäftigen? Was hast du so gemacht? Also wie gesagt, Hinterhand verschieben, weichen, rückwärts richten und so was. Einfach, dass sie kleine Aufgaben von mir bekommen hat und sich nicht irgendwie gelangweilt hat. Also auch so typische Horsemanship-Aufgaben. Du hast also schon vorher mit dem ganzen Thema Horsemanship schon gearbeitet. Also mir war besonders wichtig, dass sie halt eben lernt, auf auch minimalsten Druck zu weichen, weil das war eben am Anfang, sage ich mal, die Herausforderung, dass sie ziemlich abgestumpft war. Also dass sie das einfach gar nicht ernst genommen hat, wenn man dann so vor ihr stand und sie zurückschicken wollte. Das hat sie nicht so sonderlich beeindruckt. Da kenne ich auch ein paar Kandidaten dazu. Und die Zensig-Sachen, so das Ablegen zum Beispiel, wie hast du da gearbeitet? Das habe ich überwiegend im Hochsommer übers Wälzen erarbeitet. Also sie hatte ja vorher schon irgendwie mal die Tendenz, sich auf dem Paddock nach der Arbeit irgendwie zu wälzen und so weiter. Und ich habe das dann einfach nur positiv verstärkt. Also dass ich halt, sie hatte ja keinerlei irgendwie Angst oder Vertrauensprobleme. Also ich konnte halt auch, während sie sich abgelegt hat, einfach mich zu ihr setzen, sie streicheln. Dann gab es auch ab und zu den einen oder anderen Keks dafür, dass die hier halt liegen geblieben ist. Und so haben wir das dann Stück für Stück aufgebaut, sodass ich dann halt eben zum Beispiel vor ihr hergelaufen bin, auch so ein bisschen gescharrt habe, sie so ein bisschen motiviert habe. Und am Ende dann halt nur noch so mit dem Stick so ein bisschen auf den Boden kloppen konnte. Und dadurch hat sie halt gemerkt, okay, das Verhalten lohnt sich. Okay, also im Grunde diese Kombination aus Horsemanship und positiver Verstärkung über Leckerlis sind so deine beiden Hauptwege gewesen. Würdest du jetzt so sagen? Ja, auf jeden Fall. Das, was wir so zusammenfassend mal wissen, wo du so herkommst von der Arbeit her. Das klingt ja alles schon mal super. Also ich glaube, viele wünschen sich so eine Beziehung zu ihrem Pony. Warum hat es dich dann zu den Pferdeprofis verschlagen? Also das fing an, als wir aufgrund ihres Äquien-Astmas häufig in die Klinik mussten. Also ich habe sie gekauft und zwei Monate, nachdem ich sie umgestallt hatte in einen anderen Stall, der auch fußläufig erreichbar war, also wo wir noch gar keinen Hänger brauchten, wo wir einfach hinlaufen konnten, hat sich eben ihre Atemwegserkrankung manifestiert. Aufgrund von schlechtem Heu bzw. Schimmelpilzsporen und so weiter. Und da waren wir dann erstmal irgendwie alle vier Wochen Dauergast in der Pferdeklinik. So und wir hatten das große Glück, dass die Pferdeklinik 15 Gehminuten fußläufig erreichbar war. Als wir dann aber den Stall wechseln mussten aufgrund der Haltungsoptimierung, damit man ihm dampftes Heu oder Heulage anbieten kann, da hat sich das zum ersten Mal bemerkbar gemacht, dass sie nicht so gerne auf den Hänger geht. Also erstmal hätte ich gedacht, die ist so eine coole Socke, das wird keine zehn Minuten dauern, dann steht sie drauf. Und ja, an dem Tag kam alles anders. Also der Hänger zum Beispiel konnte gar nicht auf den Hof fahren, weil es so matschig war. Und wir mussten sie an der Straße verladen. Und ich habe dann halt versucht, mit Annäherung und Rückzug zu arbeiten. Erstmal zu zeigen, okay, hier unten ist die Arbeit und oben hast du halt auf dem Hänger Komfort. Also habe jeden Schritt belohnt und versucht, positiv zu bestärken. Habe ihr eine Komfortzone angeboten, sobald sie Richtung Rampe gegangen ist und so weiter. Und leider hat sie an dem Tag wirklich wenig darauf reagiert. Also sie wollte immer wieder zur Herde zurück, was man natürlich auch verstehen kann. Und hat dann immer versucht, seitwärts am Hänger vorbeizuschießen. Also es hat sich wirklich angefühlt wie eine Ewigkeit, als ich da stand. Und ich dachte mir, das gibt es doch gar nicht. Also vorher hätte die für ein Leckerli, sag ich mal, alles getan. Und an dem Tag wollte einfach alles nicht klappen. So, ich meine, natürlich kommt ja auch die Anspannung dazu. Es ist stressig. Vorher habe ich sie nie irgendwie einfach nur vom Paddock geholt und bin dann mit ihr zum Hänger gelaufen. Also das war natürlich der Situation auch geschuldet. Ich dachte mir, okay, also das kann es ja nicht sein. Wenn wir jetzt umziehen, muss ich ja immer damit rechnen, dass sie dann doch mal wieder in die Klinik muss. Und die kann ich jetzt eben nicht fußläufig erreichen. Und deswegen war mir das so ein großes Anliegen, dass sie halt wirklich gerne auf den Hänger, also gerne, ne. Aber deswegen war es mir so ein großes Anliegen, dass sie eben halt auch in einer Notsituation zuverlässig auf den Hänger geht. Und dass ich nicht darauf hoffen muss, dass sie das dann so macht, ja. Ja, also die Situation, wie akut war das? Wie dringend musstest du in die Klinik an dem Tag? Also an dem Tag sind wir ja umgezogen. Also das war jetzt erstmal der Umzug. Genau, das war jetzt, also an dem Tag sind wir halt in den neuen Stall gezogen. Und natürlich haben die auch schon gewartet im neuen Stall. Und ich habe wirklich damit gerechnet, dass sie einfach so auf den Hänger geht. Also ich habe wirklich gar nicht erwartet. Also wir hatten ja, wie gesagt, vorher schon mit Engpässen gearbeitet. Ich habe mir da so einen Hänger für Arme, sage ich mal, gebaut. Den Hänger für Arme hattest du mir, glaube ich, auch geschickt. Ja, genau. Ist eine super Möglichkeit, um das zu üben, ne. Was hat sie da für ein Verhalten gezeigt? Also sie hat nicht mal mit der Wimpern gezuckt. Also wir hatten verschiedene Untergründe. Wir hatten einen Plan. Es hat an dem Tag gestürmt. Ja, also die Planen haben auch geraschelt. Und das war alles gar kein Problem. Die hat eher gedacht, okay, ja, was soll ich jetzt hier so, ne, nach dem Motto. Natürlich ist ein Hänger nochmal was anderes. Also die haben ja wirklich dann gar keinen, gar keinen Blick nach draußen, so zu sagen. Sondern sind halt wirklich in so einem kleinen, engen Raum eingesperrt. Und, aber wie gesagt, ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so ein großes Problem für sie darstellt. Genau. Ja, na vor allen Dingen halt auch, wenn man dann nicht auf den Hof fahren kann und auf der Straße verladen muss. Oder halt aber das Gelände vielleicht nicht fest eingezäunt ist oder so. Also das Pferd potenziell, wenn es sich losreißt, auf die Straße rennt, ist schon eine große Gefahr dann auch da, ne. Ja, also nicht nur für sie, sondern halt auch eben für Unbeteiligte. Und wir hatten halt auch davor schon Probleme mit dem Losreißen. Dass wenn sie in Situationen gekommen sind, oder ist, in der quasi das außerhalb ihrer Komfortzone lag, dass sie dann einfach dicht gemacht hat und dann halt einfach wieder für sie bewährte Verhaltensmuster zurückgefallen ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel in der Pferdeklinik, hat sie es zum Beispiel geschafft, sich bei einem Pfleger loszureißen. Und ich habe dann nur ein Foto bekommen von einer Kommilitonin von mir, die auch mit mir zusammen Tiermedizin studiert, die mich gefragt hat, ist das dein Pony? Und ich dachte so, oh ja, das ist mein Pony, was da quer über den Campus läuft. Und das war natürlich auch gefährlich, weil ich meine, sie kannte den Weg nach Hause. Sie hätte auf die Straße rennen können und ja, das wollte ich halt nicht nochmal erleben. Ja, nee, also das ist hochgefährlich. Also gerade wenn die Pferde halt irgendwo langlaufen oder halt dann über die Straße nach Hause irgendwie wollen. Also das ist schon ein großes Problem. Und hat sie sich immer losgerissen oder hast du es auch irgendwie geschafft, sie irgendwie auf den Hänger dann zu kriegen? Also in der Situation, wir sind natürlich dann umgezogen. Also es hat dann am Ende tatsächlich geklappt. Ich habe dann der Frau, die halt den Hänger gefahren ist, mein Pferd hat sich in die Hand gedrückt. Und sie ist dann halt ein paar Runden rumgelaufen, hat quasi mir auch den Stress genommen. Also in dem Moment war ich natürlich auch angespannt, weil ich wollte eben, dass wir sie in ihr neues, tolles Zuhause bringen können. Und ja, dann haben wir auch einfach den Futtereimer raufgestellt. Und dann irgendwann hat sie dann auch gesagt, okay, warum tue ich mir das hier eigentlich an? Und es ist einfach viel cooler. Und vor allem auch während der Fahrt war sie super entspannt. Also ich wusste von Anfang an, dass der Hänger das Problem ist. Sondern einfach, dass sie immer wieder in alte Verhaltensmuster zurückfällt, die sich in der Vergangenheit für sie bewährt haben. Genau. Aber du konntest sie selber an dem Tag nicht verladen? Nee, also ich habe sie natürlich auch nochmal versucht, draufzuführen. Aber ich habe dann halt wirklich die Verantwortung abgegeben. Ich habe gesagt, okay, also es bringt jetzt nichts, dir das noch irgendwie eine halbe Stunde länger zu probieren. Vor allem kam dann halt auch der Spruch von dem, der den Hänger gefahren ist. So von wegen, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Und da war bei mir dann schon so der Druck. Ich dachte, oh, du musst doch bitte. Also klar, das ist halt eine blöde Situation. Und im Fall von einer Kolik kannst du auch nicht sagen, ja, dann wird es halt heute nichts. Ja, definitiv nicht. Also dann muss halt auf jeden Fall. Ich glaube, das kennen wir halt auch alle, dass wenn man sich dann selber Stress macht, dass es dann halt umso schwerer ist, seinen Pony dann drauf zu bekommen. Von daher eine gute Lösung, erst mal das jemandem anders zu geben. Aber das geht ja auch nicht immer. Also eventuell musst du mal mehr oder weniger alleine losfahren. Also du hattest ein akutes Problem letztendlich, gerade mit dem Equinen Asthma. das ja auch mal stärker ausfallen kann. Also ich habe selber ja, wisst ihr ja auch, selber Hustenpferde am Hof. Das kann mal sehr, sehr übel sein. Und wenn man dann sein Pferd unbedingt in die Klinik kriegen muss, ist dann natürlich auch einerseits Geduld kaum noch gefragt. Das muss dann funktionieren. Und Futter ist halt dann auch ein Problem. Also auch wenn dein Pferd alles für Futter tut, aber selbst da wollte sie ja auch für Leckerlis erst mal nicht raufgehen. Ja, in der Situation nicht, ja. Ist das ja gerade bei einem akuten Hustenanfall beispielsweise ein Problem oder bei einer Kolik ist Fressen auch keine gute Idee. Na, Arten nutzt schon gar nicht. Also Futter ist da halt in der Situation auch keine Lösung. Also musste eine Lösung her, wie du ohne Futter raufkommst. Und das war, wenn ich dich richtig verstanden habe, dein Anliegen, warum du dir Hilfe geholt hast. Genau. Ja, dazu kam ja natürlich auch, dass ich weder einen eigenen Hänger zur Verfügung hatte, jemand, der einen Hänger fahren kann und ein Zugfahrzeug. Von daher bin ich ja sowieso immer von anderen abhängig gewesen. Und ja, dann hat sich halt eben durch den Aufruf von Uwe Weinziel eine Chance ergeben. Wie bist du darauf gestoßen? Also der Uwe hatte ein Newsletter, eine Newsletter-E-Mail rausgesendet an seine Follower. Und da gab es den Aufruf, dass er ein Pferd sucht, was geritten ist und ein Verladeproblem hat und zwischen Berlin und Hamburg steht. Und da habe ich mich natürlich irgendwie direkt angesprochen gefühlt. Er hat so direkt meine Ängste, sag ich mal, angesprochen. Ich muss mein Pferd irgendwie im Notfall verladen können. Und da stand natürlich auch drin, dass es für Dreharbeiten, fürs Fernsehen einen Beitrag geben soll. Aber ich wusste zu dem Zeitpunkt zwar noch nicht, dass es sich um die Pferdeprofis bei Vox handelt. Ach, das wusstest du zu dem Zeitpunkt gar nicht? Nein, also das stand nur für Dreharbeiten und er hat ja schon in der Vergangenheit zum Beispiel für den NDR gedreht und sowas. Und dann dachtest du so, ja, okay, dann bin ich halt mal so Teil von so einer Sache. Aber dass die Pferdeprofis sind, hast du dann wann erfahren? Wie lief das? Also es lief so, dass ich ihn per WhatsApp angeschrieben habe. Ich habe quasi eine schriftliche Bewerbung formuliert, genauso wie was wir jetzt besprochen haben. Dass ich eben ein chronisch krankes Pferd habe, den nicht gerne auf den Hänger geht. Und dass ich auf jeden Fall eine Lösung finden möchte und halt auch weiß, dass es kein Hängerproblem per se ist, sondern halt eben auch mit ihrer Vorgeschichte zusammenhängt. Und dann hat Uwe geschrieben, ja, das klingt alles ganz passend, aber er bräuchte natürlich ein Video, um sich selbst davon zu überzeugen, dass das irgendwie ein Problemfall ist oder geeignet ist, sage ich mal, für den Beitrag. Ja, dann gucken wir uns das doch mal an zusammen, oder? Dein Bewerbungsvideo, was du zu Uwe hingeschickt hattest. Genau, das sieht man nicht mit meiner Sierra. Da haben wir auch die Situation, dass wir am Wegrand verladen mussten, weil... Reingezäunt da das Gelände? Nein, das ist nicht eingezäunt. Und man sieht auch gleich, wo sie hinrechts drin möchte, nämlich rückrichtung Herde. Und tschüss. Aber halt auch einfach, können wir uns das noch mal angucken kurz? Weil das war ja wirklich einfach und tschüss. Genau, ich meine, das ist jetzt natürlich nur ein Ausschnitt. Also ich habe da halt ein längeres Video hingeschickt, auch mit O-Ton, so nach dem Motto, hier, ich brauche dringend Hilfe. Wo ich auch vorher gezeigt habe, wie ich halt versuche, sie selbstständig zu verladen mit Annäherung und Rückzug. Dass ich ihr ständig eben Komfort angeboten habe auf der Rampe, sie auch wieder rückwärts gerichtet habe und so weiter und so fort. Aber hier war ja auch, wenn ich das richtig gesehen habe, hast du ihr ein Stoppzeichen gesetzt und sie war so, nee, ist mir egal, ich gehe. Also da hatte sie dann wirklich keinen Rücksicht auf Verlust genommen, sondern hat einfach gesagt, okay, ich bin jetzt weg. Da hinten ist Gras, da hinten ist meine Herde, du bist mir jetzt erst mal egal. Ab nach Hause. Ja. Und ich meine, das ist halt eben auch der Grund, warum wir das dann bei den Pferdeprofis vor Ort in einem eingezäunten Bereich gemacht haben. Weil das natürlich absolut gefährlich ist für alle Beteiligten. Also ich hätte absolutes Muffensausen gehabt, ganz ehrlich. Ich hätte das nicht gemacht. Ja, also wow, hui, hui, hui. Also gut, dass sie halt zur Herde zurückläuft, ne? Also da wäre ich sehr beruhigt, dass sie das so macht, aber ja, ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, vor allem, wenn man im Weg steht. Ja, ja, also sie hat ja auch einfach, also sie ist ja gegen alles irgendwie einfach gegengegangen. Also durch den Stick durchgelaufen, noch Halt am Knotenhals, da hast du ja noch versucht gegenzuhalten. No, hat sie leider nicht mehr interessiert. Aber da hast du halt auch nicht viel Chancen gegen einen, was wird sie wiegen, 450 Kilo oder so, 400 Kilo? Ja, 500 schon. 500, ja. Okay, 500 Kilo haben wir keine Chance. Ja. Also wenn du da irgendwie versuchst mit 50 bis 80 Kilo irgendwas dagegen zu setzen. Ja, vor allem, wenn sie dich einmal festgemacht hat im Hals, also dann hast du ja wirklich gar keine Möglichkeit mehr. Dann ist Schluss. Ja, ja, genau. Also das ist definitiv ein Problem, vor dem du halt standest und das war so ein typisches Verhalten quasi von ihr. Genau, in Situationen, die außerhalb ihrer Komfortzone lagen, wo man halt dann versucht hat, so ein bisschen Phasenaufbau zu betreiben und einfach den Druck zu steigern, hat sie dann einfach an einem bestimmten Punkt gesagt, ja, nee. Okay, also da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann ist Schluss. Ja. Oh Mann, okay, gut. Also du hattest dich bei Uwe beworben und das hingeschickt und dann kam so, ja, gucken wir mal. Oder wie war dann? Also dann hat er Rücksprache gehalten mit der Redaktion und hat gesagt, hey, das klingt nach einem Fall, den wir gerne bearbeiten können. Und dann ging alles sehr schnell. Also ich hatte mich an dem Samstag, ist das Video entstanden und am Dienstag wurde sie schon abgeholt. Und da war dann halt eben der erste Drehtag, wo Uwe dann selbst aus Neu-Dreh-Fall angereist ist und genau, wo wir uns dann halt eben kennengelernt haben. Das war noch bei euch vor Ort quasi? Genau, das war in dem alten Stall, wo wir vorher standen. Ja, und da ist der erste Tag quasi entstanden. Wir wollen über diese Themen, gerade was auch am ersten Tag mit passiert ist, dann im zweiten Teil dann nochmal reden dazu. Jetzt aber für alle, die sich gar nicht so richtig was auch darunter vorstellen können, wie lief denn dieser Dreh dann ab? Also Uwe kam ja mit seinem Hänger und ja, dann habe ich mich halt vorgestellt. Also wir haben ja vorher schon geschrieben gehabt und er hat eigentlich, also eigentlich war es eins zu eins das, was man auch gesehen hat in der ersten Szene. Dass er halt auf den Hof kam und mich begrüßt hat und dann eben gesagt hat so, hey, was sind eure Probleme? Wo hakt's? Warum möchte das Pony nicht auf den Hänger? Und dass er dann gesagt hat, ich soll mir einfach Knotenhalfter und Bodenarbeitsseil schnappen und dass er sich das einfach mal vor Ort live anguckt. Genau, und dann habe ich ihm ja auch gesagt, dass wir das lieber in einem eingezäunten Bereich machen, damit eben keiner zu Schaden kommt und das Pony nicht auf die Schnellstraße rennt. Und genau, dann hat er erst mal eben angefangen, sich vom Boden ein bisschen zu bewegen, also eben ihre Hinterhand zu verschieben. Also quasi wie Szenen, die man halt auch gesehen hat. Genau, wo er quasi die grobe Arbeit erst mal so vorführt. Wie war das für dich so, das erste Mal vor so einem Kamerateam zu stehen? Also an sich war es, habe ich das eigentlich ziemlich gut ausgeblendet, sage ich mal. Das Einzige, was natürlich dann so war, dass er dann zum Beispiel die Basics des Horsemanships erklärt hat, also mit nachlassendes Druck, das Pferde so lernen. Wo ich natürlich daneben stand und dachte mir, okay, die Theorie dahinter ist mir ja geläufig. Aber er wollte es natürlich für die Zuschauer nochmal erklären, dass er die quasi abholen kann und eben zeigen kann, warum er so arbeitet, wie er arbeitet. Ja, er hat das quasi nicht dir erklärt, sondern den Zuschauern erklärt. So wie wir, wenn wir nochmal Sachen nochmal hier wiederholen, wie wo was funktioniert, gehe ich auch davon aus, dass du weißt, wie das geht. Aber halt für die, die es zum Beispiel nicht wissen, das ist halt ein Fakt, der bei so einem Videodreh halt mit dabei ist, wenn man das halt auch fürs Fernsehen machen möchte, wo halt auch Zuschauer dabei sind, die davon keine Ahnung haben. Also wir befinden uns ja hier jetzt auf dem Pferdekanal, wo ich jetzt grob auch erstmal davon ausgehe, dass alle wissen, wovon wir reden. Wer das nicht weiß, schreibt gerne Fragen in die Kommentare, wenn ihr euch wundert, okay, was heißt Annäherung und Rückzug zum Beispiel, gerne in die Kommentare schreiben. Den beantworten wir auch gerne. Okay, Drehtag 1, das war ja nicht an einem Tag erledigt, oder? Nee, also er hat ja dann auch gleich gesagt, dass er sie mitnehmen wird. Also das war vorher schon quasi geplant. Er packt sie ein, er nimmt sie mit nach einem neuen Drehfall, sodass sie da Schritt für Schritt quasi an den Hänger wieder herangeführt wird. Und dass sich halt eben da auch im Roundpen und so weiter zeigen kann, wo es dann hakt. Okay, dann ging es ja weiter bei der Ausstrahlung. Ging es ja dann direkt mit Neu-Drehfall dann erstmal weiter, um typischerweise Zwischenschritte zu zeigen. War da schon so ein bisschen Arbeit dahinter? Haben wir da irgendwas verpasst? Nee, also es ging ja direkt weiter mit dem zweiten Tag. Also da war ich ja auch nicht dabei. Das war ja in Neu-Drehfall mit dem Kamerateam. Da hatte sich ja Uwe das Ziel gesetzt, Sierra in 30 Sekunden zu verladen. Und ja, das war dann eben auch dem geschuldet, dass das Kamerateam an dem Tag noch abgereist ist. Und sie wollten natürlich den Zwischenschritt mitnehmen, damit man auch ein bisschen was vom Training sieht, in der Zeit, wo sie halt nicht vor Ort sind. Und das war eben auch so ein bisschen problematisch. Ja, das wollen wir dann im zweiten Video dann gleich nochmal besprechen. Aber es war schon irgendwie hektisch, weil man halt ja auch irgendwie das schnell noch über die Brüne bringen wollte. Das kam halt auch so in der Folge so mit rüber, wo ich mich selber auch gefragt habe, warum ist er denn jetzt so hektisch? Aber das erklärt das ja natürlich auch irgendwo. Waren die ja inzwischen durch nochmal da? Also ab dem zweiten Tag gab es eigentlich keine Trainingssequenzen mehr, die Box aufgezeichnet hat. Aber natürlich hat hinter den Kulissen sehr viel stattgefunden. Also vor allem seine Co-Trainerin hat mir regelmäßig Video-Updates geschickt. Also sie hat sie ja zum Beispiel auch mit ins Gelände genommen, im Rampen gearbeitet. Also sie sind zum See geritten. Und ich war da immer auf dem Laufenden. Und genau, sie hat dann halt, also ich habe sie dann halt auch zwei Wochen danach besucht. Das erste Mal. Also da bin ich für einen Tag hingefahren und wurde dann auch gleich in das Training involviert. Habe dann halt auch mitbekommen, dass sie sie zum Beispiel auch an einem Tag einfach nur geholt haben, so ein bisschen vor dem Hänger gearbeitet haben und sie dann auch wieder weggestellt haben. Also es ist wirklich sehr kleinschrittig vorgegangen worden. Und das ist halt eben das, was so schade ist, dass das halt eben nicht auf Kamera festgehalten wurde. Ja, das wollen wir uns ja dann gerne im zweiten Video nochmal im Detail angucken. So, wie lange war denn der Zeitrahmen dann insgesamt? Also sie stand insgesamt sechs Wochen bei Uwe im Neu-Drehfall und davon war ich auch eine Woche am Stück vor Ort. Das war nämlich dann, als die Abschlussdrehs stattgefunden haben. Und nach diesen sechs Wochen gab es ja nochmal so ein Ende, was ja auch in der Show dann wieder zu sehen war. Wie lief das ab? Also ich war ja zu dem Zeitpunkt die ganze Woche vor Ort. Das heißt, ich habe jeden Tag, sage ich mal, ein paar Einheiten mit ihr gehabt, wo die Co-Trainerin mir eben gezeigt hat, was sie jetzt schon alles gelernt hat. Und dann ging es natürlich auch darum, den Zuschauern zu zeigen, was sie alles sich erarbeitet haben. Und das war dann das, was wir quasi im Fernsehen dann auch gesehen haben. Du durftest ja dann auch selber in den fahrenden Hänger reinreiten mit deinem Pony. Wie war das? Konntest du dich darauf irgendwie vorbereiten oder wie lief das ab? Also es war eigentlich gar keine Überraschung, weil in dem Aufruf von Uwe stand ja auch schon drin, dass das Zielbild ist, dass ich meinen Pony am Ende in einen Anhänger reinreiten kann. Und für den Abschlussdreh war ich ja auch eine Woche vor Ort. Das heißt, mit mir vor Ort wurde auch nochmal gearbeitet. Die Co-Trainerin hat mir vor Ort eben gezeigt, woran sie in den ganzen Wochen gearbeitet haben. Und so hatte ich auch gar keine Sorge, dass das irgendwie nicht klappen könnte. Einfach weil sie so gut darauf vorbereitet worden ist. Wie hast du dich dabei gefühlt, mit deinem Pony in den Hänger reinzureiten? Also für mich war das auf jeden Fall unbeschreiblich. Mein Mann hat ja die Bilder vorher gesehen. Vorher hat sie sich losgerissen. Und es war so schön zu sehen, dass sie mir vertraut, dass wir das einfach zusammen machen können. Ja, schön. Ich kann nicht mit meinen Pferden in den Hänger reinreiten. Also ich persönlich dachte mir auch so, wow, was für ein Schritt, den ihr da zusammen dann auch geschafft habt, das zusammen machen zu können. Aber konntest du sie denn mit Futter irgendwie auf den Hänger zumindest kriegen? Also man kennt ja die Losreiß-Szenen. Und das Witzige ist, dass zehn Minuten später wir dann einfach auch nochmal einen positiven Abschluss finden wollten. Da hast du mir auch ein Video dazu geschickt. Ja, genau. Das können wir uns dann mal angucken, wie das aussah. Genau, da sieht man uns, fühle ich sie dann, als ob wir nichts anderes jemals gemacht haben. Einfach auf den Hänger führen kann und wie dem Eimer hinterher läuft. Das war von dem Bewerbungsvideo, oder? Das ist doch genau derselbe Tag. Genau, wir hatten nur die Mittelwand zur Seite gemacht, damit wir eben noch einen positiven Abschluss haben, damit sie das nicht komplett einfach nur mit dem Losreißen verknüpft. Weil ich meine, sobald sich so ein Verhaltensmuster manifestiert und je öfter ein Pony damit Erfolg hat, desto eher wird es natürlich auch versuchen in der nächsten Gelegenheit, diese anzuwenden. Ja, ja, ja. Also, Futter, also das war nicht das Problem. Das Pferd hat irgendwie keine Panik offensichtlich vor dem Hänger oder so, weil sonst hätte es sich, glaube ich, eher nicht so verhalten. Oh ja, cool, gehen wir mal rein, da ist ein Eimer, super. So, ihr Lieben, das war jetzt mal die ganze Hintergrundgeschichte, wie das alles ablief. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen zu dem ganzen Drumherum, Backstory dazu und wie der Ablauf so war. Wir haben noch zwei weitere Videos jetzt dazu, Teil 2 und Teil 3, wo es vor allen Dingen um die Kritik an der Arbeit geht, wo wir einiges noch dazu sagen wollen, im zweiten Teil und im dritten Teil zu dem Shitstorm, der dann zu der ganzen Sache darauf eingebrochen ist. Also schaltet da auf jeden Fall gerne ein und wir sehen uns auch gleich wieder. Ja. Ja.